Das Fußgelett wird durch die beteiligten Sehnen, Bänder und Muskeln so verspannt, dass sich ein Längs- und ein Quergewölbe formen. Die Gewölbe ermöglichen, Unebenheiten optimal auszugleichen und die Druckkräfte optimal zu verteilen. Das Fußgewölbe hat somit eine Stoßdämpferfunktion. Ist das Fußgewölbe nicht richtig ausgebildet, führt dies zu Schmerzen beim Gehen oder Laufen. Häufig kommt der Spreizfuß vor. Hier kommt es zum Absinken des Quergewölbes, wodurch sich der Vorfuß verbreitert und somit eine erhöhte Druckbelastung des 2. bis 4. Meter Tassalköpfchen kommt. Beim Platt- oder Senkfuß kommt es zu einer Abflachung des Längsgewölbes und zum Fußsohlenschmerz. Durch das Fußgewölbe wird das Körpergewicht nicht von der gesamten Fußfläche getragen, sondern hauptsächlich von der Ferse, dem Großzehballen und dem Kleinzehballen. An diesen Stellen findet man aufgrund der Belastung auch eine vermehrte Hornhautbildung. Für die Aufrechterhaltung des Quergewölbes sind sowohl passive Strukturen wie Bänder, aber auch aktive Strukturen wie Muskeln verantwortlich. Im Vorfuß gibt es nur eine passive Verspannungsstruktur durch das Ligamentum Metatarsenum Transversum Profundum. Im Mittelfußbereich ist die wichtigste Verspannungsstruktur das Caput Transversum des Musculus Adductor Halluzis. Im Fußwurzelbereich ist die wichtigste Verspannungsstruktur die Ansatzsehne des Musculus Peroneus Longus, die vom ventralen Fußrand quer durch die Fußsohle zum Keilbein 1 und zum ersten Mittelfußknochen zieht. Ebenso wie der Musculus Peroneus Longus ist auch der Musculus Tibialis Posterior wichtig, sowohl für die Verspannung des Längsgewölbes als auch des Quergewölbes. Das Längsgewölbe flacht nach lateral ab und erhält die wichtigsten aktiven Verspannungsstrukturen durch die kurzen Fußmuskeln. Den Musculus Abductor Halluzis, Musculus Flexor Halluzis Previs, Musculus Flexor Digitorum Previs, Musculus Quadratus Plantae und den Musculus Abductor Digitiminimi. Die passiven Verspannungsstrukturen bilden die Plantar Aponeurose, das Ligamentum Plantare Longum und das Pfannenband. Besonders die Plantar Aponeurose kommt aufgrund ihres langen Hebelarms eine besondere Bedeutung zu. Aber auch die Ansatzsehne der langen Fußmuskeln, nämlich Musculus Flexor Halluzis Longus und Musculus Flexor Digitorum wirken der Abflachung des Längsgewölbes entgegen.